ein aller herzlichstes hallo und herzlich willkommen nach gefühlter ewigkeit zurück zu let's play assassin's creed unity jawohl gewesen schnauze es ist ein bisschen her ich weiß es ist ein bisschen lange habe ich abgeschlossen also klar den habe ich auch schon aufgeschlossen habe ich die jetzt hier ist genau es ist tatsächlich ultra lange her ich weiß ist das gar stimmt hier war richtig viel zu erledigen in paris ich freue mich warum ich gerade so niedrige unterrundeingang geschäft geschlossene truhe also richtig viel zu tun ich freue mich ehrlich gesagt wieder sich wieder spiele ich habe keine ahnung ich werde einfach mal ohne spiel nicht überhaupt nicht das hier nicht ich weiß es ist auf jeden fall ein bisschen her da bin ich alles klar aber den habe ich doch gemacht oder schon war nicht aber ich hoffe wird wir geben mag ich muss auch noch hier nicht mal die ganzen dinger freischalten und die ganzen aussichtspunkte wie gesagt die karte finde ich außer nicht gar nicht mal hier bin ich genau ich glaube dass hier nach schradamus rätsel doch komm ne machen wir das mal das hier kann ich irgendwie ein markierung sitzen so entschuldigung wo ich vielleicht irgendwann mal den graphics gucken ähm nostradamus geht's will ich auch mal machen das ist ich bin ein bisschen davon gespielt was machst du da habt ihr das gesehen er kam einfach rein und ich wurde bestohlen ähm so erwischt cool was ein eigenes ähm ich habe keine ahnung mehr was passiert ist wo wir sind aber ich möchte endlich mal dass wir den speed unity fertig spielen einfach weil ich immer noch ein riesen fan der serie bin ich muss mir auch jetzt mal demnächst unbedingt syndicate holen bin ich auch mal gespannt auf wie das ist ja jetzt noch gar nichts davon ich habe mich aber auch noch nicht damit beschäftigt einfach um also lass mich mal durch die säcke einfach um mich da nicht zu spoilern ähm bin aber sehr gespannt ich habe mir auch vor dann die die big bang collectors ding da die big bang collectors edition zu holen ich krieg das case einfach nur weil ich kann um welchen flachmann er ist halte die presse an wer schreit diesen dreck akzeptieren und nachholen plakate wie kommt er dem erlaubt nein dann müssen sie nicht ehrlich werden und wir sind seitdem wir dürfen keine weiteren plakate abfragen schön in diesen schweren zeiten einen freund mir aboß zu sehen wer gibt diese propaganda heraus weiß nicht würde denen aber gern an die gurgel gehen vielleicht findet ihr sie mal sehen was ich tun kann ok ok genau du hey pass einen moment was wollt ihr denn du verkaufst verdorbenes brot und wachstest dich zu zeigen verdorbenes brot und wachstest dich zu zeigen ok wie kann ich... ausweichen klar aua 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 da schießt du auf mich da bin ich tot wobei ich sagen muss ähm Kämpfe sind also die Kämpfe in offenen Gebieten so mit richtig Massenkämpfen sind deutlich schwerer als in den vorherigen Teilen wenn ich persönlich da war es ja wirklich so du hast ja die ganze Zeit ne konter und konterst du easy und ähm ne aber da hattest du echt kein Problem die einfach alle abzumocken wenn sie auf die G um den Sack gegangen sind einfach aus Allah Feinde da ist ein Plakat, alles klar ähm das ging daher recht easy und ich muss sagen es gefällt mir sogar ganz gut dass es jetzt schwerer ist also dass man wirklich ähm sich verschrecken muss weil man sonst einfach drauf geht hier steht Mirabeau und der König trafen Abmachungen und der König die 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 Komm her, du Male! Ich zermale deinen Rücken zu Stauben, Wicht! Das finde ich, wie gesagt, gar nicht mal so scheiße. Ich stehbleiben. Ich will... Klettern. Nein. Du bist ein Reuer List? Dann kriegst du jetzt, was dir zusteht. Stirb, du Feigling! Wenn ich dich in die Ziege... Hey, warte einen Moment! Hey, hey! Hör auf! Platz! Kann ich gerade mich nicht verletzen? Wie soll ich denn da rankommen, bitte? Mahlzeit für die Wölfe? Hat es dich wohl zu weit von der Herde entfernt? Nerv mich! Stillbleiben, Bürger! Ich muss dich nicht verletzen! Teufel, mal hinzufahren! Tomble! Ich brauche ein bisschen... Oh, fuck! Ach, verdammt der Hacke! Oh, mal hinzufahren! Oh, mal hinzufahren! Halt! Mir wirst du nicht der Torf! Bist du ja! Ich hau dich tot, bevor du es merkst! Alter, okay, die Mission ist echt schwierig! Ich versuche mal einen anderen Plakat, ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Und weil die stehen da halt die ganze Zeit, die wissen halt, wer ich bin. Das ist doch scheiße. Da brauche ich wirklich bessere Ausrüstung. Wie kann ich denn mich mal unaufällig verhalten? Die beiden lassen mich da nicht durch. Sobald ich hier aus der Sicht gehe, sehen die mich nämlich. Jetzt müssen wir jetzt direkt hier drittern. Nein! Bisschen runter. Wir müssen mal das Arschloff an Schützen hier ausschalten. Wo überall sind Wachleute, ist doch scheiße. Was soll ich das denn machen? Da ist noch eins. Vielleicht ist das gleiche. I'm sorry. Da musste ich mich kurz drum kümmern. Keine Sorge, werse Damen, ihm wird nichts geschehen. Eine Rauchbombe. Das wäre doch mal eine Idee. Schnauze. Wie komme ich denn hier runter? Hier nicht. Ich möchte gerne. Kann ich mich ducken? Ich möchte mich gerne ducken. Das darf ich nicht. Hier komme ich nicht ungesehen raus. Ich will mit dir reden, Borse. Ich will nicht mit dir. Ich will nicht mehr aufpassen, dass er nicht auch noch kommt. Jetzt stirbt. Hast du den letzten Wagen nach Österreich verpasst, Verräter? Okay, alles parieren. Ganz toll. Aber das passt. Ich bin dann los. Boah. Ja. Ich glaube, ich muss erst wieder ein Spiel einfinden. Das ist aber auch nicht einfach. Das stand ja auch sehr schwierig. Schlauer kann. Weißt du was? Du kannst nicht entkommen. Kann er denn mal sterben? Er ist doch aus. So. Waffe wegstecken bitte. So. Warum so schüchtern? Das ist meine patriotische Glück. Sitzt dir die Hose etwas zu Ende? Sitzt dir die Hose etwas zu Ende? Sitzt dir die Hose etwas zu Ende? Ich steck fest. Er ist tot auf mich gezogen. So. Unspass. Vielleicht muss ich mich auch mal reparieren. Aber einmal versuche ich es noch. Ja. Klar. Ja Sigi. Tschüss. Aua. Wie ich euch entkommen kann. Ja. Aua. Wie ich jetzt komme. Wie ich jetzt bin. Da war ja noch einer. Ah, du hast ja mich erschossen. Boah ihr Ficker. Kein neuer Plan. ich schalte nicht nur spaß ich mache das glaube ich funktioniert haben wir nicht irgendwo eine einfache mission ganz ja die ist die sie da will ich hin weil die mögen mich alle nicht ich wollte doch gar nicht wurde das ist doch scheiße meine büte ich nehme so das kotzt mich an ich will mir alle platt machen ich will nichts von euch ich kasse euch nein mirabeau erhielt geld aus österreich unglaublich warum kann ich das denn nicht abreißen warum brechst du nicht aus ich will doch gar nichts mehr von euch stecken ich will doch nur hier weg wo ja gegner erinnern sich mit dem konflikt beendet ist ja fuck you ja ich schneide dich auf wie den rest dieser ein moment du kannst dir nicht einfach tun wie es dir beliebt alter wie viele hier sind oder und ergänzt du kannst du nicht halten oder und du du hast du nicht Ich hasse es, wo ohne Spaß. Ich habe zu lange nicht gespielt, ich bin richtig schlecht gerade. Okay, wir konzentrieren uns auf eine einfache Mission. Wenn ich die mal erreichen will. Ich will doch gar nichts von euch, verpisst euch alle. Stört. Komm ich hier rüber. Ja, ich gehe doch schon. Aua. Warum kann ich kein doppelter Antop machen? Du weißt halt, f*** dich. Beweg dich. Ja, Sigi. Schwimm schneller. So, f*** you. Okay, ich gehe nicht mehr leben wieder. Achso, bleibe ich jetzt immer bei dem Leben? Ist doch scheiße. Ich bin verschwunden, ist ja schön und gut. Mord halten. Suchen wir mal eine andere Mission. Ihr seid hier. Ich wusste, dass mir jemand zur Hilfe... Ja, mich. Ich lege Tarot für mächtige Freunde. Einige glauben, ich beeinflusse sie. Und wollen mir Böses. Ah, ich habe meine Feinde gesehen. Im Traum. Kommt mit mir. Ich spüre es, wenn sie anwesend sind. Ja, ist gut. Kriege ich mal mein Leben wieder? Nein. Okay. Okay. Bin jetzt die ganze Zeit so rumlaufen, ist doch... Muss mich echt wieder einspielen. Nein, ich töte den Böberherr jetzt nicht. Lebe nicht mehr lange. Was? Spielt nach unseren Regeln oder schützt. Spielt nach unseren Regeln oder schützt. Lass mich einfach alle in Ruhe. Komm, geh los. Ich f*** dich doch. Hilft man einmal den Leuten, das ist verdammt dafür. Kann ich mich nicht irgendwie mal wieder... Ihr Bürger, lebt nicht mehr lange. Was? Ich höre eine Zielperson. Oh, Bürgerin. Ich spüre, dass euer Göttergatte eine Affäre hat. Das ist mit der Verkehr. Entschuldigung, bitte. In meinen Traum kam einer der Mörder vom Land. Ah, ja. Eine Art Bauer. Ich trau ihr nicht ganz. Er ist gefährlich. Ich spüre eine böse Präsenz. Ja, wer denn? Ja, er ist hier in der Nähe. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist er. Welcher? Ja. So sayin' ich guck' Oh mein Gott! Ja, jetzt geht's weiter. Na, das klappt doch besser. Lola. Was ist denn hier los? Ach cool. Ja, ich schließe. Die lese ich auch. Achso. Ja, hallo. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Soldat. Er will mich töten. Ja, mich auch. Warum legt mich da nicht? Eine Stimme flüstert mir zu. Ein Mann mit düsteren Absichten ist östlich von hier. Oder wartet. Was denn? Oder noch? Ist das klar? Oh, Schatz, zieht euch. Wo ist denn jetzt die gute Frau hin? Oh, Schatz. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Die Leute mag ich. Die mögen nicht. Den helfe ich. Schätzchen, wenn du sagst... Wen? Was machst du denn da? Der da? Genau wie in meinem Traum. Wer? Der? Komm, krieg dir die angezeigt. Adelauge, Basusu. Kommt der hierher? Kommt der hierher? Was soll das denn jetzt? Obwohl, helfen war er. Das ist ein aufgeregt! Oh, schon. Wollt ihr aufgeregt? Hier! Ich mag dich? Ich mag dich. Aber warum rüsst du mich nicht an? Ja, lass uns gehen. Ja, Anwälte sind böse, ich weiß. Lass uns. Wo ist er denn hin? Ja, kein Ding. Alle Auge. Das ging easy. Moment, hier ist er. Was ist das denn hier? Eine Kokade. Und das bedeutet... Da kann ich nichts daran. Das ist, glaube ich, oben. Ja, tut das. Warum habt ihr noch ein Riechen? Schnauze. Ja, tut mir leid. Ich habe es versucht, habe ich nicht erwischt. Gefährliche Schwingungen sind alle gegenwärtig. Ja, guck mal nach da vorne, Mädchen. Sogar genau an dieser Stelle. Guck mal nach da vorne. Dann siehst du, was hier so schwingt. Die französische Flagge. Welcher? Ja. Du siehst den noch nicht mal. Alles klar. Niemand da? Guten Tag. Nein. Sehr gut. Ich danke euch, mein Freund. Ich spüre, dass ihr einen schweren Weg beschreitet. Tue ich wohl. Ich wünsche euch Erfolg. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge, die nicht ganz so produktiv war, aber zumindest ist doch noch was geschafft. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ach, okay. Ich skuhe, wir haben den Kaffee. Schuhe.